Die Leute stehen dann in kurzen Hosen bei mir im Studio, aber es wird dann Weihnachtsmusik aufgenommen. Das ist ja auch nur Musik. Mein Gott, dann ist ab und zu mal ein Klinglöckchen mehr dabei oder noch ein paar mehr süßliche Streicher als vielleicht sonst. Ich habe aber quasi zweieinhalb Monate mich nur mit Weihnachten gedanklich beschäftigt und es hat Spaß gemacht. Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein. Und es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von Vinyl und Wein. Wir haben eine kleine Weihnachtsfolge heute für euch und haben einen ganz besonderen Gast. Und das ist der Entertainer, Sänger und Bandleader Tom Gable. Und er hat sein brandneues Weihnachtsalbum mitgebracht, Christmas to Remember. Wir trinken natürlich leckeren Wein und hören tolle Weihnachtslieder und stimmen euch so ein bisschen ein auf Weihnachten und reden über Tradition, leckeres Essen. Und Jonas, was machen wir noch? Ja, vor allem diskutieren wir. Was trinkt ihr an Weihnachten? Was esst ihr an Weihnachten? Wo verbringt man Weihnachten? Und Weihnachts-Dresscode ist, glaube ich, auch ein Thema. Dresscode, der wird ausgeladen. Wie kleidet ihr euch eigentlich zu Weihnachten? So, viel Spaß mit Tom Gable gleich bei uns in Vinyl und Wein. Und ihr hört jetzt schon mal seine Interpretation von Driving Home for Christmas. Oh, top to toe and tailback. I got red lights all around. But soon there'll be a free way To get my feet on holy ground So I'd sing for you Though you can hear me when I get through And feel you near me I'm driving in my car I'm driving home for Christmas Driving Home for Christmas von Tom Gable und er ist direkt zu uns gekommen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So kurz vor Weihnachten. Hallo, ich freue mich sehr. Wir freuen uns auch sehr. Es ist noch ein bisschen hin bis Weihnachten, aber wir kommen so langsam in Stimmung. Mit deiner Musik. Es wird kalt und kälter. Kleines Bäumchen haben wir schon hier. Kann mal einer die Glocken läuten. Es klingt, glaube ich, schöner, als es aussieht. Aber du hast dir, glaube ich, ich nehme an, du hast dir große Mühe gegeben. Es ist ein sehr kleiner Baum mit Verhältnismäßig sehr großen Glocken da dran. Das kannst du doch so jetzt nicht sagen. Aber so ist es beim Podcast halt. Aber dass du das so gleich so aufdeckst. Schonungslos. Bist du so ein schonungsloser? Nur nicht zu mir selber natürlich. Also schonungslos ehrlich, zu mir selber nicht. Du kannst aber austeilen. Ach nee, nur aus Spaß. Aber was anderes. Ich habe gedacht, also Driving Home for Christmas von jemand anderem außer Chris Rear kann man eigentlich nicht hören. Und will man eigentlich nicht hören. Ich wurde eines Besseren, Billian. Vielen Dank. Du wolltest es nicht hören, aber du konntest es dann doch. Es ging irgendwie. Ja, du bist durchgekommen. Wir probieren es mal und großartig. Ich finde es funktioniert auch schön, ja. Es ist auch insgesamt ein schöner Song. Und das Schöne ist, das ist bei Weihnachtsrepertoire, merke ich das immer wieder, schöne und gute Songs, die kann man auch in andere Stilistiken überführen und die funktionieren dann immer noch. Es ist ja auch immer so, man hat ja auch diese eine Erinnerung, finde ich, immer an so einen Song und so Bilder auch. Und ich hatte auch immer Chris Rear so vor Augen und durfte auch früher mit Chris Rear zusammenarbeiten. Aber wie gesagt, es gibt dann auch neue Bilder. Man kann die Bilder auch mal übermalen. Ja, oder einfach daneben hängen. Ja. Oder daneben hängen. Ich freue mich, dass du dein neues Album heute mitgebracht hast. Ja. Ein Weihnachtsalbum. Danke. Und zwar A Christmas to Remember. Und ich glaube, das wird heute eine Podcast-Episode to remember. Auf jeden Fall, weil es für dich wahrscheinlich das erste Mal ist, dass du einen englischen Schaumwein trinkst. Ich gehe schwer davon aus. Ich wusste nicht mal, dass es englische Schaumweine gibt. Ich wusste nicht, dass es englische Weine gibt. Ich erwarte auch sehr wenig, vermutlich. Aber ich nehme an, wir haben ein Sommelier hier sitzen. Also ich wollte jetzt sagen, mehr sage ich nicht. Mein Wissen geht auch nicht viel weiter als über die... Herkunft. Ja, grobe Herkunft. Jonas, willkommen. Ja, Weihnachtsfolge, Podcast, Schaumwein natürlich immer ein großes Thema, gerade zu den Festtagen. Jetzt ist es natürlich so, dass natürlich immer Champagner getrunken wird, Cremant, vielleicht noch Franciacorta oder Sekt. Aber Südengland haben wirklich noch die wenigsten auf dem Schirm. Ist auch noch relativ neu. Das Ganze hat vielleicht so vor 10, 15 Jahren angefangen, dass man dort angefangen hat, Spielweisen von Schaumwein herzustellen. Noch einen Namen gibt es da noch nicht wirklich von, deswegen nennen wir es einfach mal englischen Schaumwein. Der Hintergrund ist so ein bisschen der Boden. Du hast in Südengland dieselben Böden wie in der Champagne, nämlich dieses alte Kalkkreide-Muschelkalk-Untergrundsbecken. Und dadurch hast du eigentlich ideale Bedingungen für Schaumweine. Jetzt ist es in Südengland natürlich nochmal um einiges nasser, kühler, kälter als in der Champagne. Aber so ein bisschen durch das Thema Klimawandel wird es dort langsam in den Temperaturen übergehen, dass man doch Schaumwein herstellen kann. Und das ist jetzt aus der Region um Hampshire. Das Weingut heißt Colts and Sealy. Wir haben den Rosé-Brüt im Glas. Ich würde gerne mal mit euch anstoßen. Schön, dass du da bist, Tom. Freue mich auch. Man kann das nicht sehen, aber es ist wirklich ein Rosé. Allein schon von der Farbe ist das unglaublich schön. Ganz sanft, ganz elegant. So ein bisschen dieses leichte Lachs-Rosa. Es schmeckt auch wirklich sehr angenehm, ja. Unglaublich frisch. Ich finde den sehr gut und ich glaube, so kann man auch so ein kleines Weihnachtstinner ganz gut beginnen. Was kann man eigentlich servieren an Weihnachten? Kochst du eigentlich? Nee, ich bin eher, wie heißt das, ein Zubereiter. Also so Kleinigkeiten. Mise en place. Das kann ich so. Vorbereit? Wir haben Gott sei Dank einen Bruder in der Familie, der das Kochen an sich gerissen hat. Der kann das auch so gut. Der ist eher so der gut bürgerliche Koch, würde ich sagen. Aber bei uns ist das auch Tradition an Weihnachten. Da gibt es die Klassiker in Westfalen. Ja? Was man so. Soll ich schon erzählen? Was sind denn Klassiker? Ja, hau, hau, hau. Man hört immer Kartoffelsalat und Würstchen. Das ist ja tendenziell. Also Kartoffelsalat von meiner Oma kann ich auch. Das ist eins dieser Rezepte, die uns sehr wichtig waren. Die sind über die Generation tatsächlich. Hat mein Bruder sich irgendwann mal hingesetzt mit Oma. Oma, erzähl doch mal, wie geht dein genialer Kartoffelsalat und wie ist deine geniale Bohnensuppe und so ein paar Rezepte und dieses Spritzgebäck und so. Das haben wir bewahrt. Meine Oma lebt natürlich schon lange nicht mehr. Und das machen wir. Das kann sogar ich auch. Und die Würstchen, die werden natürlich nur zubereitet. Aber der kann auch so auch noch Schnitzel und Frikadellen und alles mögliche. Ah, naja gut. Aber wir gehen da nochmal tiefer rein. Also das klingt aber schon mal ganz gut. Wir haben heute nur was zu trinken und so ein bisschen, ja was, zum Schnabulieren nebenbei. Ja, sehr gut auch. Aber Weihnachtsgebäck fehlt leider. Ja, leider. Ich hab's mir, das Weihnachtsbäck, das war immer meine Sache. Ich hab immer Spritzgebäck zu Weihnachten gemacht und leider bin ich auch der selbst der größte Spritzgebäckesser. Deswegen hab ich letztes Jahr zum ersten Mal nicht gemacht. Ich hab sonst immer drei riesige Dosen, einfach so zwei Kilo Mehl und was weiß ich. Dann ist das ja wirklich, das ist ja Wahnsinn, was da reinkommt. Ein Kilo Butter, das sind ja Proportionen beim Backen. Und das hab ich dann fast immer alles gegessen und ich hab's mir jetzt mal gespart. Und vielleicht dieses Jahr, weiß ich nicht. Könntest du vielleicht nochmal raten. Die Weihnachtstour ist krass. Also was man da alles isst und essen muss und so mit der Band. Wir sind ja nur von Nahrung umgeben da, wirklich. Ihr spielt aber dann auch ab jetzt? Wir spielen ab sofort, spielen wir den ganzen Tag. Jeden Tag. Krass, ja. Ich werde hoffentlich nicht krank. Ich bin noch nie im Dezember krank geworden während der Konzertetourneen und das macht einen Riesenspaß. Aber wir sind dieses Jahr so viel unterwegs wie noch nie. Früher haben wir doch immer so, da hat mein Booking-Büro, die haben gesagt, ja komm alle vier, fünf Tage, da mach mal ein Off-Day, damit du auch mal zur Ruhe kommen kannst. Und dann wurde das immer wieder, wir haben hier noch eine Anfrage gekommen. Ja, komm, machen wir. Und jetzt dieses Jahr ist einfach knallhart von vorne bis hinten, bis zum 23. Und auch nach Weihnachten wird's auch nochmal, ja. Gibt noch Tickets? Ja, es gibt mit Sicherheit noch. Man kriegt sicherlich noch ein Ticket. Aber es ist tatsächlich auch schon sehr viel ausverkauft. Wie lange spielt ihr? Wir spielen immer so zweieinhalb Stunden. Wow. Aber das ist auch nicht, das Gute ist bei den Weihnachtskonzerten, dass ich gar nicht, ich singe natürlich auch sehr viel, aber wir lassen das Publikum auch mitmachen. Also die dürfen sich immer, wir haben einen fatalen Wunschzettel, die Leute können sich Sachen wünschen, Songs, die wir spielen, aber auch, es gibt auch Leute, die wünschen sich selber mal auf die Bühne zu kommen. Zum Beispiel könnte es sein, wenn Jonas, wenn du jetzt als Fommelier im Publikum sätst und hättest gesagt, ach, oder deine Frau oder Freundin oder wie auch immer, sagt, hol doch mal den Jonas auf die Bühne, der soll was über Wein erzählen. Dann würde ich dich zufällig aus dem Wunschzettel sack, würde ich dich ziehen, die Karte, und dann müsstest du auf die Bühne, würdest du ein bisschen was dazu erzählen. Das wäre so ganz witzig. Das machen wir jetzt mal. Du hast ja ein bisschen was mitgebracht. Also du hast nicht nur dein neues Album mitgebracht, sondern auch ein bisschen was von Kollegen, finde ich sehr nett. Sehr kollegial. Und jetzt lassen wir ihm das mal machen. Ich habe ihm jetzt den Zettel rübergereicht. Ich soll das auswählen? Ja, dann lass uns doch. Hildegard Knef, Wintersonne. Oh, das ist aber gleich eine, das ist recht eine Ansage. Das ist aber so Fommelier-mäßig. Gehen wir direkt mal mit so einem großen Gewächs aus dem alten Boden. Das schaffen wir. Hildegard Knef. Ich habe Hilde mal kennenlernen dürfen noch. Tatsächlich. Grand Dame. Wie war es? Wirklich Grand Dame. Das war die Zeit, als sie mit Extrabreit, für mich soll es rote Rosen regnen, promotet hat. Und sie war wirklich die Grand Dame. Und auch die Extrabreiten, die waren ganz leise. Ja, klar. Als die Dame da zurecht auftauchte. Und wir hatten sie ja auch, wollte ich gerade sagen, wir hatten sie im Podcast. Das nicht, aber die Extrabreiten. Und die haben auch ein paar Geschichten erzählt. Lohnt sich auch nochmal nachzuhören, diese Episode. Aber jetzt sind wir hier mit Tom Gable und wir hören Hildegard Knefs Wintersonne. Und danach hören wir, warum du den ausgesucht hast, den Song. Wintersonne über weißem Land, kalte Wintersonne hast die lange Nacht verbannt. Wintersonne, heil den Mond zurück, lass die Sterne warten, schenk mir einen letzten Blick. Denn die Nacht weckt meine Sorgen, die Sorgen um dich. Und zu lange gibt's kein Morgen, kein Morgen für mich. Wintersonne, lass dir heute Zeit, lass die Nacht Gedanken, viele Glocken schläge weit. Hildegard Knefs Winterson Diese Räumlichkeit, die man da hat, die Ballalaika, das Schlagzeug, der Basshilde in diesem schönen Hall. Und ich kann mir nur vorstellen, dass sie in so einem großen Studio gesessen haben, wie auch immer. Das klingt alles so gut und genial. Und es ist wirklich, liebe Leute, auch da draußen an den Kopfhörern und Radios. Es ist sehr schwer, das herzustellen. Heutzutage hat man ja immer diesen Sound, der geht einem so richtig in die Fresse. Egal, was du für ein Instrument hast oder Gesang, das steht dir alles so direkt quasi vor dem Gesicht. Und das finde ich extrem anstrengend. Und das ist, finde ich, ganz wunderbar. Und Hilde ist natürlich so eine, das ist im Grunde so eine Nichtsängerin, aber die singt unfassbar gut. Die ist natürlich eine super Schauspielerin gewesen. Und das ist letztendlich, dann merkt man doch wieder, dass das letztendlich genau oder genauso wichtig, wie das sängerische Können ist, wie die das interpretiert. Also da wird ja keiner sagen, oh ja, die müsste Arien singen, wunderbar. Also die gehört auf die Opernbühne. Sondern das ist einfach Hildegard Knef, aber die hat so eine Art zu singen, die wahnsinnig berührend ist. Und wieder, wie wir vorhin sagten, auch so eine ganz besondere Stimmung, in die sie uns entführt. Das ist auch für diejenigen hier von uns, die nicht ganz so musikalisch sind, ich muss mich da leider zuzählen. Das geht ja aber Hand in Hand. Hast du denn auch schon früh angefangen und früh gemerkt oder hast du einfach nie was gemacht und jetzt denkst du, hätte ich mal? Ich musste wie alle mit dieser Blockflöte anfangen. Ach ja, wie ich auch, ja. Aber das hat dich runtergezogen. Ich hab dann noch mal ein bisschen Gitarre versucht, als man dann Gitarre für Lagerfeuer machen musste, um Mädels zu imponieren. Hat auch nicht geklappt. Da war dir irgendein Typ mit so einer Bongo. Nee, dann hab ich das, dann hab ich eher noch so eine, dann hab ich noch mal das mit einer E-Gitarre gemacht. Da konnte man ja eher dazu spielen, also es war auch nicht so. Aber Akustik-Gitarre und dann dazu singen, nee, das war nicht. Aber verlorener Posten bei mir. Du bist wie so ein englischer Schaumwein, der muss vielleicht noch entdeckt werden. Was wird denn bei euch zu Weihnachten so getrunken? Ja, Schaumwein, würde ich sagen. Aber in der Regel, in den letzten Jahren immer Champagner. Aber ich würde jetzt auch, nachdem ich das von dir gelernt habe, wie man die auswählt, auf deutschen Schaumwein gehen. Den kriegst du ja nun auch nicht überall. Das ist ja nicht eine Rarität. Also wenn wir jetzt irgendwo ins Restaurant gehen und sagen, holen Sie mir mal eine Pulle englischen Schaumwein. Aus, wo war das, Hampshire? Hampshire, genau. Da sagen die auch alle, ja, genau. Aber da wirkt die richtig schneidig im Restaurant. Sparkling from England. Ich möchte aber eben noch mal nachfühlen bei der Blockflöte. Also du sagst, das lief auch nicht so gut bei dir. Nee, gar nicht. Wie alt warst du denn? Auf jeden Fall, das war vor der Grundschule. Vorher, ja. Das war vier, fünf Jahre, vielleicht mit sechs. Mit sechs habe ich schon Geige angefangen zu spielen. Da habe ich dann keine Zeit mehr für die Blockflöte gehabt. Ich hatte aber auch extrem kleine Finger. Ich habe immer noch kleine Hände. Ich konnte nicht mal die Löcher vernünftig von der Kinderflöte abdecken. Das war wirklich ein Trauerspiel. Daran kann man mich noch erinnern. Aber dann gleich auf Geige? Ja, aber das waren meine Eltern. Die waren halt so musikbegeistert und die wollten halt, dass wir Kinder alle ein Instrument lernen. Und für die war das ganz klar, so gut bürgerlich sind beide Lehrer gewesen. Große Musikfans und es war klar, dass wir alle irgendein Instrument lernen würden. Und das finde ich auch gut, würde ich selber auch so machen. Würde ich auch allen Leuten empfehlen, Menschen, die Kinder haben, lasst die ein Instrument lernen. Und auch mal ein bisschen nicht sofort, ich habe keinen Bock hier, dann hör doch auf. Das ist auch nicht richtig. Es ist schon gut, wenn man sich auch mal durch irgendwas durchbeißen muss. Aber du hast dann viele Instrumente gelernt. Genau, die Geige habe ich nicht so richtig. Wir sind nie richtig beste Freunde geworden. Ich spiele sie tatsächlich immer. Jetzt freue ich mich auch noch, es hat natürlich sehr viel für mich gebracht. Es bringt ja immer was, sich mit irgendwas zu beschäftigen. Und ich war so schlecht, war ich auch nicht. Aber ich habe es dann wirklich an den Nagel gehängt, als ich dann Abitur gemacht habe. Und das letzte Konzert im Schulorchester gespielt worden war. Dann war es das für mich auch mit der Geige. Und holen sie jetzt aber tatsächlich bei dem Weihnachtskonzert immer noch raus. Dann spiele ich... Also dann sieht man dich an der Geige. Dann sieht man mich auch. Leider hört man mich auch. Man muss sich jetzt wirklich vorstellen, ich spiele fünf Minuten. Ich habe mal kurz ein bisschen geübt und einmal wieder gestimmt und so. Das reicht für ein paar schiefe Töne, mehr ist das dann nicht. Aber dann habe ich halt mit 17 Bosaune gelernt. Das war so mein erstes freiwilliges Instrument. Ah ne, mit 14 Schlagzeug, das war mein erstes freiwilliges Instrument. Hat man eine Geige auf Schlagzeug auch noch? Ja, das war natürlich... Ja, aber mit 14, das war Pubertät. Und das war so ein... Ich war großer Queen-Fan und wollte unbedingt... Ich fand das genial, in so einer Rock... So die klassische Rockband oder Popband einfach da Schlagzeug zu spielen. Hast du auch dann... Also du hast in der Popband und im Schulorchester gespielt? Ja, das war dann genau. Kann man ja alles miteinander verbinden irgendwie. Ja, klar. Das geht dann. Und mit der Posaune war ich dann eher so in der Bigband drin. Da hatten wir so eine Schulbigband oder auch so eine Musikschulbigband. Da habe ich dann gespielt. Und da fing dein Herz an, für die Bigband zu schlagen. Ja, auch. Man wächst ja auch so mit den Sachen. Man muss sich auch mal... Das ist ja wie bei Wein auch tatsächlich. Deswegen... Man hört Leute... Nee, in Bezug auf Jazz ist das auch so... Nee, das finde ich ganz komisch. Das macht mich fertig, die Musik. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Das ist so... Das habe ich früher auch dann gedacht. Aber das ist so wie beim Wein oder bei der Sprache. Denkst du irgendwie... Was reden die Chinesen denn? Da kann ja keiner ein Wort verstehen. Dann beschäftigt man sich mal damit. Und dann denkt, ah, okay. So ist das. Und da ist es bei Wein vermutlich auch, wo du denkst, das schmeckt früher... Wein schmeckt einfach nur grauenhaft, dachte ich früher immer. Und dann schmeckt kein Unterschied. Und man beschäftigt sich damit. Und mit der Musik ist es auch so. Man hört was. Und irgendwann denkt man, ah, okay. Ah, das ist so und so gemeint. Deswegen ist auch Musik, Essen und Wein, das ist so oft... Passt ganz gut zusammen. Ergänzt sich ganz gut und hat auch ähnliche Wege. Ja, aber das stimmt so. Ich finde auch, es gibt ja auch Musik, die muss man erstmal entdecken. Oder die muss sich einem erschließen. Ja. Gibt so was, was voll in die Fresse geht. Und manchmal dauert es. Beim Wein auch. Der braucht auch ein bisschen Luft. Du hast uns ja eine kleine Liste mit Rebsorten geschickt, die dir Spaß machen. Mhm. Und da stand unter anderem Riesling drauf. Und Riesling ist natürlich, steht natürlich für Deutschland wie keine andere Rebsorte. Wir haben auch was Deutsches mit dabei von einem Weingut, das ich sehr gut finde. Im Rheinhessen, in Appenheim, das Weingut Bischel. Aus der Lage Gau-Algesheim. Das ist ein VDP-Weingut. Das ist eine erste Lage. Erste Lage kann man mal so ein bisschen vielleicht erklären. In Deutschland hast du im VDP, also die Vereinigung Deutscher Prädikatsweingüter, eine Herkunftsbezeichnung, die über Lagen geht. Also es gibt ja alte Lagen, die einst für besonders hochwertig eingestuft wurden. Und dann gibt es die erste Lage, das ist quasi die erst gut bewertete Lage in einer Region, in einer Anbauregion in Deutschland. Dann gibt es noch das große Gewächs, das ist dann der trockene, besonders hochwertige Wein aus der großen Lage. Ein unglaublich schöner, frischer Riesling, wahnsinnig schöne Mineralität. Vielleicht mal so ein bisschen das Gegenteil von halt dem Mosel-Stil. Also es ist halt komplett trocken ausgebaut. Mosel wird ja nicht doch recht viel getrunken, ist ja dann eher so ein bisschen auch bekannter. Junges Weingut, Familienbetrieb. Wir waren jetzt gerade letztes Jahr da zu Besuch. Wirklich was, was mir sehr viel Spaß macht. Sowohl. Man merkt das schon, ne? Das ist noch recht jung, 2022, aber ein Jahrgang, der momentan unglaublich offen und sehr angenehm zu trinken ist. Ich glaube, das ist eine Stilistik Riesling, die sehr, sehr klassisch Rheinhessen ist. Viel Mineralität, trotzdem so eine gewisse Wärme im Wein, so ein bisschen diese ausladendere, schöne, runde Aromatik. Das ist für mich sowas, was ich am Festtag sehr gerne serviere, weil jetzt ist das natürlich so, ich trinke vielleicht ein bisschen andere Sachen als meine Familie und die legt da vielleicht den Fokus eher auf andere Weine. Und wir haben vor einigen Jahren damit angefangen, dass ich kaufe für meine Frau und für mich Wein ein und dann wird einfach knallhart selektiert, weil ich sage, ich möchte große, sehr teure Weine zu Weihnachten trinken. Meine Familie ist aber sehr glücklich mit etwas, das so 10 bis 15 Euro kostet. Und da sind wir nämlich hier im Bereich, dass es so ein Riesling liegt, so zwischen 10 und 15 Euro. Das haben wir letztes Jahr auf dem Tisch gehabt. Das schmeckt mir, aber das schmeckt auch denen. Und es ist sowas Schönes, Festliches, es ist ein sehr, sehr schöner, spaßmachender, super animierender Riesling. Ich glaube, der passt auch. Angefangen vom Kartoffelsalat, den wir vorhin hatten, mit dem Würstchen im zarten Seitling. Da kannst du halt aber auch schon wieder so ein bisschen Seafood zu machen. Ja, da kannst du viel zu machen. Kannst halt ein bisschen Geflügel. Das ist so im perfekten Sinne so ein Tischwein. Kennt ihr das? Man geht essen mit einer größeren Runde und einem Restaurant, wo es eine Weinbegleitung zum Beispiel gibt. Und dann kriegst du aber immer nur so 0,1 zu jedem Gang. Und dann machen wir das immer ganz gerne, dass wir uns dann einen Tischwein weiß, einen Tischwein rot besorgen, wovon dann immer eine Flasche auf dem Tisch steht, weil dieses 0,1 Riesling, das sind ja nur zwei Schlücke. Aber es gibt schon vor dem Konzert einen kleinen Drink oder auf der Bühne? Ich nehme fast immer kurz, sagen wir mal, 10 Minuten vor dem Auftritt habe ich so ein kleines Glas mit 0,1 oder so und das nehme ich dann mit auf die Bühne, trinke ab und zu mal was. Das ist mehr so ein Ritual. Das ist nicht so, ich muss mir da keinen lichtigen Mut antrinken und das ist einfach nur so. Und statt es so zu machen wie deine Kollegen mit Whisky? Ja, nee, das finde ich auch echt zu hart. Wenn ich Rotwein getrunken habe, auch mal abends, dann merke ich das auch immer am nächsten Tag, dann merken eigentlich alle Leute, dass die Stimme so im Keller ist. Naja, dann so ein bisschen belegt. So durch die Tannine irgendwie habe ich das auch. Ja, guten Morgen, war ganz gut gestern. Sehr schwer. Und dann noch eine Zigarre dazu. Wie viele seid ihr auf der Bühne? Die Bands sind acht und dann plus ich sind neun. Ja, das ist schon ganz gut, das macht auch viel Spaß. Deswegen, wir gehen uns auch nicht auf den Senkel. Wir sind ja so viel untereinander. Wenn ich mir vorstelle, dass man mit einer kleinen Band ist und so Bands, die verstreiten sich ja gerade, wenn es auch noch Brüder sind oder so, die verstreiten sich immer nach ein paar Jahren, weil die so dicht alle immer aufeinander hängen oder die schaffen es dann irgendwie wie so große Bands, die kommen alle in unterschiedlichen Flugzeugen an zum Konzert. Aber wir sind alle, wir haben immer wieder die Möglichkeit, uns neu zu gruppieren und dann hat man mal die Geschichte schon zum hundertsten Mal gehört und dann geht man mal wieder in die Gruppe und dann hat man was Neues und so. Das ist eigentlich ganz gut. Gut, wo du das gerade sagst, war das nicht bei den Eagles so, die sogar mit unterschiedlichen Fahrzeugen zur Bühne gefahren wurden? Das kann sein, ja, ja. Hell freezes over. Ja, äh, Musik? Wollen wir Musik hören? Was hast du uns denn noch Schönes mitgebracht? Wo soll ich wieder auswählen? Wollen wir das Risiko eingehen? Das war nicht schlecht bisher. Ja gut, dann machen wir doch jetzt einfach mal was ganz Klassisches und hauen noch eine Runde Michael Bublé rein, oder? It's beginning to look a lot. Like Christmas. Ja gut, dann machen wir uns. It's beginning to look a lot. Like Christmas. Everywhere you go. Take a look at the five and ten. It's glistening once again. With candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot. Like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Daw's that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And mom and dad can hardly wait for school to start again. And mom and dad can hardly wait for school to start again. And it's beginning to look a lot. Like Christmas. Everywhere you go. There's a tree in the grand hotel. One in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And the thing that'll make them ring Is the carol that you sing Right within your heart. Wir schwelgen. Ja. Und spätestens bei dem Lied fang ich an, Kekse zu backen. Ja. Adventskalender, habt ihr sowas? Unbedingt. Du nicht. Ich doch, ich auch. Auf Tour? Von meiner Frau. Ganz liebevoll. Aber einfach so Schoko oder? Nee, das sind so ganz liebevolle kleine Geschenke für jeden Tag eins auf Tour. Und ich hab jedes Mal schlechtes Gewissen, dass ich das für sie nicht mache. Weil ich bin auch immer vorher voll im Stress. Und dann kommt sie da und dann hab ich so einen kleinen, das ist der ganze Koffer voll mit so eins, zwei, drei. Weil wir uns ja nicht sehen immer mit kleinen witzigen Sachen und nicht einfach nur Schokolade. Und da ist dann immer irgendwie was, was auch eine Bedeutung hat. Schön. Das ist sehr süßig. Wir machen das immer so. So, ich bostel meiner Verlobten zwölf Türchen und sie mir zwölf Türchen. Vielleicht mal eine Idee. Dann hat das mal abwechselnd jeden Tag was ausgemacht. Wir haben das am Anfang gemacht. Ich 24, sie 24. Ich glaub, dann haben wir da irgendwie relativ hohe dreistellige Summen ausgegeben. Nur für den Adventskalender. Okay, ja, ja, gut. Das war ein bisschen heftig. Deswegen zwölf Türchen finde ich immer gut. Was habt ihr, Boris? Wir haben das früher auch gemacht. Wir haben auch so lange Girlanden vorm Fenster gehabt mit so individuellen kleinen Geschenken wie ihr. So, aber der Wein schmeckt. Ja, sehr gut. Wie ist das funktioniert? Hast du denn jetzt, wenn ich mir vorstelle, der kostet jetzt so und so viel, sagen wir mal 10, 15 Euro. Ja. Dann sagst du, das ist ein toller Wein und dann kostet er im nächsten Jahr das Doppelte. Wie funktioniert sowas? Also es ist natürlich immer so ein bisschen das Thema, es gibt natürlich so Kritiker wie Jancis Robinson, natürlich einer der bekanntesten, Robert Parker. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, eigentlich, manchmal ist das gar nicht so fair. Zum Beispiel gibt es so einen Begriff Parkerisierung. Parker ist ja ein Mensch, der mag ja richtig fette Weine mit richtig Wumms, Rot, Alkohol, sehr opulent. Das heißt, viele Weingüter haben irgendwann angefangen, ihre Weine so herzustellen, dass es den Geschmäckern der testenden Person gefällt. Dementsprechend geht die Identität natürlich so ein bisschen flöten. Ich habe gerade mit einem guten Freund von mir geredet, mit Jan Raumland. Der ist eigentlich, ist er verratet mit einer sehr, sehr bekannten Schaumweinwinzerin aus Deutschland und der hat jetzt angefangen, einen Rotwein zu machen. Ich glaube, der hat den ersten Jahren, hat er schon so brutal teuer gemacht, dass er zu mir dann sagte, scheiße, ich habe richtig Angst nächstes Jahr, ob das wieder gut wird und funktioniert oder ob die Leute mir dann einfach den Kopf abreißen. Aber viele Weingüter machen es nämlich genau falsch rum, dass sie zu niedrig starten. Und diese ganze Punktevergabe ist natürlich auch immer so ein Thema, weil am Ende des Tages hat die Aussage von testender Person XY ja nichts über meinen Geschmack zu sagen. Und man muss sich, finde ich, schon sehr damit beschäftigen, wer probiert das und was für Geschmäcker haben die. Aber ich finde die Frage auch spannend. Ab welcher Punktezahl wird dann wirklich eingekauft? Ab wann sagen die denn wirklich, okay, das sind jetzt, keine Ahnung, 91, 92 Punkte, jetzt werden die Keller vollgemacht mit dem Zahl. Es gibt immer zwei Bewertungssysteme, entweder das 20- oder das 100-Punkte-System. Beim 20er ist es ungefähr so ab, also weniger als 14 Punkte geben ist schon Beleidigung eigentlich, das machst du nicht. Und bei 100 ist es auch so, dass du sagst, Mitte 80 solltest du eigentlich schon geben. Ansonsten ist das schon Gladiator, Daumen runter. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, zum Beispiel Heiner Lobenberg von Lobenbergs Wein. Das ist immer jemand, wenn du da die Punkte siehst, die sind immer sehr ähnlich zum Beispiel zu vielen anderen Punktzahlen auch. Die finde ich immer sehr angenehm, weil das ist ein sehr, sehr, sehr natürlicher Verkoster. Den finde ich immer ganz gut, die Punkte. Und wenn jetzt was da so 90 Punkte hat, kann man sich da schon mal so das eine oder andere Kistchen mal in den Keller stellen, finde ich. Testen die wirklich selber oder haben die dann auch für den... Wir haben Tasting-Teams. Genau. Aber wie viele Weine pro Jahr werden da mit Parker-Punkten ver... Also es gibt immer einmal im Jahr so ein Foto von diesen Verkostungen, was zieht sich da... Das ist brutal. Da stehen halt schon einfach zehntausende Flaschen Wein. Okay. Ja. Okay. Das ist ein Unternehmen sozusagen und der leitet seine Leute, die für ihn verkosten. Der hat quasi verkostende Personen für Länder und Regionen. Also es gibt dann zum Beispiel Person XY, die ist zuständig für Robert Parker, Weine aus Deutschland zu verkosten. Und die Ergebnisse werden dann nach Amerika weitergeleitet. und dann irgendwie analysiert und rausgebracht. Der probiert jetzt wahrscheinlich nicht selber jeden Wein auf dieser Welt. Klar, aber das heißt, die Leute, die haben dann auch schon diesen Geschmack von Parker, weil die von Parker ausgesucht werden, weil du sagst, der Parker hat so ein bestimmte... Es gibt da so ein Tasting-Sheet, was halt gut ist. Wie du das zu beurteilen hast. Genau. Wie du deine Meinung selbst wegstellen solltest. Also es gibt halt immer... Also du kannst es mir überlegen. Also es wird eigentlich fast jeder Wein dieser Welt wird eigentlich jedes Jahr gekostet. Jetzt vielleicht nicht jedes Weingut, aber halt jedes Weingut, das eine gewisse Prestige hat, das Ruf hat. Und es gibt ja so diese ikonischen Weingüter oder halt Weine. Und dann gibt es halt zum Beispiel letztens ganz großes Thema, irgendwie Grüne-Weltliner aus Österreich hat dann mal 100 Parker-Punkte bekommen, hat es noch nie vorhin gegeben. War es ein Erlebnis. Also das ist schon immer... Es wird schon sehr, sehr wahrgenommen in der Branche, diese Punktesysteme. Und dann gibt es natürlich auch einige, die dann wahrscheinlich Weine auch versuchen nachzumachen. Du kannst ja den Wein ein bisschen pimpen. Da sagt man dann nicht, ich habe irgendein Vorbild, sondern ich habe was kopiert. Und das funktioniert ja. Hoffentlich merkt es keiner. Es gibt ja diese ganz begrübten Fälscherskandale von Wein. Also ich weiß nicht, der hat in Amerika damals Weine gefälscht im großen Stil. Der hat in seinem Keller in Badewannen Weine gefälscht, die er teilweise für sechsstellige Beträge verkauft hat und man munkelt. Es gibt wohl noch so die 20.000, 30.000 Flaschen in Kellern. Aber dann nicht gefälscht in dem Sinne, dass sie wirklich so ähnlich schmecken, sondern einfach mehr oder weniger... Komplett gefälscht. So gut gefälscht, dass einige der berühmtesten Wein verköstenden Personen dieser Welt diese Weine als echt deklariert haben. Ach so. Dann sind sie aber, dann können sie ja auch keine schlechten Weine, dann ist es ja wirklich nur noch die Idee. Genau. Aber klar, du kannst Weine natürlich so weithin gehend beeinflussen durch Lesezeitpunkt, Schwefelung, Ausbau, etc. etc. Dass halt ein Wein eine gewisse Aromatik mitbringt. Also wenn ich jetzt sage, ich hau das Ding in ein neues amerikanisches Eichenholzfass, dann wird das halt am Ende des Tages wahrscheinlich ein paar mehr Parkerpunkte kriegen, als wenn ich sage, ich baue das in einer georgischen Amphore aus. Wie im Studio, wie das Aufnahmematerial und die Instrumente. Wir waren ja im Sommer, das ist ja das Witzige, im Sommer, wir ist bei uns dann, wir haben gerade, oder ich habe ein Weihnachtsalbum rausgebracht, ja, und das wird im Sommer aufgenommen. Das ist so wie, weiß ich auch nicht, so wie wahrscheinlich die, ja, wie die Herbstkollektion wird auch im Sommer oder im Frühjahr entworfen und das ist dann, die Leute finden das immer witzig, aber es ist einfach so. Bei uns, bei mir war den ganzen August lang, war Weihnachtsstimmung. Wie inszeniert ihr das dann? Also das Ganze fängt einfach an, dass ich, grundsätzlich haben wir die Idee so, wir machen, oder ich habe die Idee, oder wir im Team, lasst uns mal wieder ein Weihnachtsalbum machen. Ich habe ja schon tatsächlich zwei, aber ich liebe ja auch Weihnachten in den ganzen allen Jahren und es kommen immer wieder so viele Weihnachtslieder, die man auch noch nicht gemacht hat und es macht mir einfach auch Spaß, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen und dann haben wir überlegt, okay, das war so ungefähr vielleicht im Mai oder im Juni, wir machen nochmal, wir machen, lasst uns mal wieder ein Weihnachtsalbum machen. Dann habe ich so im Juni, Juli habe ich so Songs rausgesucht, auch ein paar Songs selber geschrieben, dann wurden die arrangiert, dann haben wir so kleine Demos gemacht und so, ich habe mich ans Klavier gesetzt und ab August ging es dann los mit dem Aufnehmen. Dann ist einfach, da war es nicht groß, ich habe jetzt keine großen Tannenbäume gekauft und so aufgestellt, das muss dann die Musik muss sich tragen, die Leute stehen dann in kurzen Hosen bei mir im Studio, aber es wird halt Weihnachtsmusik aufgenommen, mit Weihnachten, das ist ja auch nur Musik, mein Gott, dann ist ab und zu mal ein Klingelöckchen mehr dabei oder noch ein paar mehr süßliche Streicher als vielleicht sonst und ich habe aber quasi zweieinhalb Monate mich nur mit Weihnachten gedanklich beschäftigt und das hat Spaß gemacht. Darf ich denn jetzt mir was wünschen? Sehr gerne. Aus dem neuen Album schon? Ich greife einfach mal vor. Ja klar. Und ich würde gerne hören und auch die Geschichte dazu, weil das ist ja wirklich, das auszuwählen, was man dann wirklich aufnimmt, ist ja total schwer. Das ist ein ganz, ganz schwieriger, großartiger, künstlerischer Prozess, der nur vor ganz besonders befähigten Menschen vollbracht werden kann. Das ist ja immer so, das ist ja wie Parker-Punkte vergeben. Wem redest du? Und ich bin ja Robert Parker der Musik. Würde ich sagen, obwohl ich jetzt sage, Merry Christmas, Everyone. Der Song Merry Christmas, Everyone ist so ein Song, den habe ich lange gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil das ist von Shaken Stevens so eine komische 80er-Jahre-Swing-Nummer, aber so richtig knallhart im 80er-Jahre-Sound. Den habe ich vor ein paar Jahren mal irgendwo woanders mal selber gesungen mit einer anderen Band und dachte, der Song ist doch eigentlich ganz nett, dann ist er so ein bisschen rumgegeistert. Wir haben den aber komischerweise live nie gespielt. Jetzt kam mir wieder der Gedanke, ach gut, der Song ist schon gut und der ist auch sehr bekannt, lass uns den mal aufnehmen, aber den möchte ich irgendwie anders machen. Und dann habe ich so überlegt, was könnte man machen, könnte man machen und dachte, oh, der eignet sich auch gut, habe so ein bisschen rumprobiert so am Klavier, kann man gut eine Country-Nummer draus machen, das kann man sehr gut ins Country-mäßige übersetzen. Und dann kam natürlich eins zum anderen und da habe ich überlegt, wer könnte sowas machen, Boss Horse, wer sind die deutschen Country-Sänger, deutsche Country-Bands, Boss Horse und ich habe die Jungs gefragt und die waren super unkompliziert, ganz cool, haben das dann mitgemacht und da haben wir den Song, man hört also drei großartige Stimmen, nebeneinander, nacheinander und durcheinander. Viel Spaß. Das war's. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Und wann können wir dich sehen? Wann können wir nochmal in die Show kommen? Ja, ihr müsst ein bisschen fahren, nach Buchholz kommen, wir haben am 18. Dezember in Buchholz, es lohnt sich. Sehr schön, machen wir auf jeden Fall und alle anderen Tourdaten in den Shownotes. Und an dieser Stelle dürfen wir kurz für die Werbung unterbrechen und euch unseren Werbepartner vorstellen und das ist Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkost Marke im deutschsprachigen Raum. Und wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit außerlesenden Weinen und Spiritosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkost Käfer Online Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfer Genusswelt unter www.feinkost-käfer.de www.feinkostkäfer.de Die charismatischste Feinkost Marke im deutschsprachigen Raum. ...daten in den Shownotes, dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Was wir uns nicht entgehen lassen, ist jetzt mal zu hören, wann bist du das erste Mal aufgetreten? Das war das erste Mal überhaupt, war mit Sicherheit, war das in so einem kleinen Musikschulorchester für die Mini-Geige. Da waren wir dann so quasi nur die, quasi gerade die Geige halten konnten, haben so ein bisschen was, es muss grauenhaft gewesen sein, wenn ich ehrlich bin. Aber es sind dann nur Eltern natürlich und die fielen sich was zusammen und die waren natürlich großartig alle. Da war ich schon ganz jung. Und dann das erste Mal als Hauptstimme und Gesang? Ganz genau, das ist mein erstes Mal, wo ich so quasi das gemacht habe, was ich jetzt auch mache, da war ich eigentlich Posanist in der Jugend-Jazz-Orchester Nordrhein-Westfalen. Und da durfte ich dann einen Song am Ende singen, weil die wussten, ich singe auch gerne und das macht mir irgendwie Spaß. Und da habe ich Come Fly With Me gesungen. Das ging dann so irgendwie, ja, wir haben auch einen unserer Posanisten, der singt auch und jetzt dürfen wir ihn mal nach vorne lassen. Hier ist Tom Gaben mit Come Fly With Me. Und ich weiß doch ganz genau, er hatte so schlotternde, das kennt man gar nicht, das kannte ich mein ganzes Leben nicht, dass man plötzlich so die Knie so schlackern und schlottern. Ich war so aufgeregt, aber es hat dann auch gleichzeitig so unfassbar viel Spaß gemacht, dass ich da wusste, okay, das möchte ich eigentlich immer machen. Aber heute bist du nicht mehr aufgeregt? Nee, ich habe das Gott sei Dank nicht mehr, das finde ich auch nicht angenehm. Also ich bin schon mal ein bisschen aufgeregt, was Besonderes ist, aber dass ich so richtiges Lampenfieber hätte, nicht. Das finde ich, manche Leute erzählen immer, dass es gehört dazu und so, finde ich irgendwie nicht angenehm. Ich finde es eigentlich schön, wenn man ruhig auf die Bühne gehen kann und einfach sich freuen kann auf das, was man macht und keine Angst hat. Also ich finde diese, so eine negative Nervosität, das finde ich nicht gut. Ist denn das das Schönste, auf die Bühne zu gehen und vor Publikum zu spielen? Oder sagst du auch, wenn wir mit der Band zusammen sind und ein Album aufnehmen, ist auch ganz toll? Ja, das macht einfach beides wahnsinnig viel Spaß. Dass man das immer wieder so ein bisschen abwechselnd machen kann, finde ich einfach toll. Deswegen habe ich auch so ein perfektes Leben, wo das halt beides so funktioniert. Natürlich spielen wir sehr viel, sind sehr viel unterwegs. Ich liebe es auch, mit den Leuten unterwegs zu sein. Es macht einfach Spaß, mit der Band rumzureisen. Ich kann wunderbar in Hotelzimmern schlafen. Ich mag es, in Hotels zu sein. Ich mag es, auf der Bühne zu sein, mit den Leuten dann Spaß zu machen, zu singen und die Band hinter mir zu haben. Einfach eine großartige Band, die einfach super spielen. Und dann macht es mir auch Spaß, zu Hause zu sein, weil man dann das Gefühl hat, man hat jetzt ein paar Konzerte gegeben, ist irgendwie ein bisschen erledigt. Dann darf man auch mal zu Hause sein und dies und jenes machen. Dann nimmt man mal wieder einen Song auf oder ich übe einfach meine Sachen. Man muss ja auch mal besser werden in manchen Sachen. Dann übe ich wieder Klavier, dann übe ich singen und so. Dieses Ganze, was so alles so dazugehört, auch im Hintergrund, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Also es passt schon sehr gut, was ich so mache. Klingt perfekt. Ja, es klingt gut. Also es gab auch nie mal den Gedanken, bei dir was anderes zu machen? Oder hast du mal so die Idee gehabt, ich könnte auch mal irgendwie Sommelier werden? Ja, ich finde sowas immer, also Wein finde ich faszinierend. Also ich quetsche immer solche Leute dann, wie Jonas. Wir können dir mal mitgeben auf Tour, wenn du willst. Da komme ich sofort mit. Ab und vor Wein, ihr habt schon wieder was Neues im Glas. Du hast noch eine Rebsorte in deine Wunschliste geschrieben oder in deine Möglichkeitenliste. Mir sehr gefallen nämlich die Scheurebe. Wie kommt's? Tatsächlich, das hat mir einfach mal im letzten Jahr jemand aus der Band einfach gesagt, pass auf, ich habe hier einen Wein, den habe ich zufälligerweise getrunken, eine Scheurebe. Ich hatte es noch nicht mal irgendwas davon gehört. Und er fand den so lecker, da hat er mir ein paar Flaschen von geschenkt. Oder zwei Flaschen von geschenkt und dann habe ich mir direkt nochmal zehn davon gekauft. Und das war das Einzige, was mit der Scheurebe, dass ich das einmal getrunken habe und dachte, das finde ich genial, das finde ich super. Aber deswegen weiß ich nicht, ob das... Ich bin sehr gespannt. Scheurebe, weiß nicht, ob du das wusstest, ist ja eine Kreuzung aus dem Riesling unter anderem. Wird 1961 von Dr. Georg Scheu in Allseil gekreuzt aus Riesling und einer Wildrebe. Tatsächlich wusste ich das nicht. Ist so eine Rebsorte, die eigentlich in den letzten Jahren komplett rausgefallen ist aus dem deutschen Reb-Bein-Muster. Weil lange Zeit wurde, ähnlich wie Silvaner, Bachos, Müller-Turgau, Scheurebe, alles so Rebsorten, die hatten mal ihren Höhepunkt, der ist aber schon lange vorbei. Und es gibt so ein paar Weingüter, die sich der Thematik jetzt wieder gerne widmen. Unter anderem halt das Weingüter Pfeffing. Wir sind in Bad Dürkheim, direkt in der Pfalz, relativ bekannter Mecker-Weinplatz. Als Scheurebe, Selektion Pfeffing, SP. Wir haben ja vorhin kurz über das Thema erste Lage, große Lage, großes Gewächs gesprochen. In Deutschland, in der Pfalz, ist die Scheurebe nicht für ein großes Gewächs zugelassen. Deswegen haben sie SP draufgeschrieben als Selektion Pfeffing. Wäre die Scheurebe zugelassen, wäre das eigentlich ein großes Gewächs. Weil es liegt auch in der Lage ungeheuer. Und das ist eigentlich eine Großgewächslage, nur für die Scheurebe leider nicht zulässig. Was ist dann der Hintergrund? Was heißt denn großes Gewächs? Das große Gewächs ist in Deutschland eine Weinkwalitätsbezeichnung, die Weingüter, die im VDP sind, benutzen dürfen. Das große Gewächs ist der trocken ausgebaute Rebsorten-typische große Wein aus einer großen Lage. Kann man sich ganz kurz erklärt so vorstellen. Du hast Deutschland, du hast die Pfalz. Dann hast du in der Pfalz nochmal einzelne Weindörfer. In diesen Weindörfern sind Weinberge und in diesen Weinbergen sind besonders kleine, so genannt in Frankreich heißt das Kloß, besonders kleine Parzellen. Und einige dieser Parzellen wurden dazu erkoren, besonders gute Qualität, aber nur für gewisse Rebsorten zu liefern. So, ist ein bisschen kompliziert. Und Scheurebe ist einfach zu schäbig. Scheurebe hat halt nie den Prestige, wie es vielleicht ein Weißburgunder, Schadeny oder Riesling hat, aber das Zeug ist schon großes Kino. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das in deine Scheurebe-Erwartung kommt. Die schmeckte anders als die Scheurebe, die ich getrunken hatte. Die fand ich besser, frischer. Das ist mehr in die Fresse. Das ist schon so ein Ding. Das ist schon keine Bumme. Da stellt man sich so auf die Zunge drauf. Ja, unglaublich spannend halt hier zu sehen, was eine Textur das mitbringt, was du halt sagst. Das ist richtig fressevoll Geschmack, viel so diese reife Exotik, so ein bisschen diese Mango, Maracuja. Ja, stimmt. Wir hören jetzt noch Musik. Ja, gerne. Oder bin ich zu schnell jetzt mit der Musik? Ja, komm, dann machen wir doch jetzt mal The Baseballs, Rocking Around the Christmas Tree. Alright. Rocking around the Christmas tree and Christmas party hard. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a set of metal feeling when you hear voices singing, let's be joining. Rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Oh, everyone's dancing merrily in the new old fashioned way. You will get a set of metal feeling when you hear voices singing. Locker, locker, flockig. Habe ich auch aufgenommen für mein Album. Auch witzigerweise, ich wusste das nicht. Ich habe den erst tatsächlich danach jetzt gehört von den Baseballs, nachdem ich den aufgenommen hatte, mit Helmut Lotti. Helmut Lotti ist ja auch, da habe ich glaube ich gerade in den Niederlanden studiert, Posaune noch, das war 1997. Da ist mir der Name das erste Mal begegnet. Da war Helmut Lotti ja mit seinem ersten riesigen Album. Was war da? Helmut Lotti in Afrika. Das war so Ende der 90er, stimmt. Genau, Classics One. Eine riesen Nummer auch. Und den habe ich dann immer mal wieder auch mal im Fernsehen gesehen, auch ab hier auch mal ein paar bei Sendungen war getroffen. Und ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, das wäre doch mal witzig, weil ich wusste, dass der ja auch so als Elvis-Sänger angefangen hat für diesen Song. Ich habe quasi ein Medley gemacht, so aus zwei von diesen Songs. Rockin' Around the Christmas Tree, was wir gerade gehört haben. Und Jingle Bell Rock, so zwei Rock'n'Roll Songs. Da habe ich dann so ein bisschen ein twistartiges Medley gemacht, dieses zusammengepackt und dachte, das wäre auch noch ein schönes Duett eigentlich. Und da dachte ich, ach, bei der Stimme und so, weil ich ihn ja auch kenne und weil das ein netter, witziger Kerl ist, fragst du einfach mal Helmut. Und er hat es dann auch möglich gemacht. Das war echt super witzig. Er hat zu mir ins Studio gekommen. Ich habe ihn dann selber einfach aufgenommen und so. Das war ein witziger Nachmittag. Ein Sonntagnachmittag, da ist er vorbeigekommen. Hat er sich gerade ein neues Auto gekauft und hat es zum ersten Mal ausgefahren. Das war doch herrlich für uns beide. Cool. Und da ruft man einfach Herrn Lotti so an? Ja, über Verbindung. Man hat ja so die Verbindung ins Musikgeschäft. Aber nee, weil wir uns wirklich auch schon kannten. Also wir haben auch schon mal zusammen was gegessen und so. Und ich wusste, es ist ein witziger, netter Kerl. Und wenn er Bock drauf hat, dann macht er das auch ein. Das war dann einfach eine schöne Ergänzung auch fürs Album. Mir macht es auch Spaß, bei den Weihnachtssachen auch so ein bisschen so einen bunten Reigen zu machen. Also nicht alles nur in einem Stil. Und so das eine ist ein bisschen rock'n'rolliger. Das andere ist was weiß ich. Sinatra, Swing und ein paar Sachen sind auch irgendwie ganz anders. Und so ein paar Balladen dabei. Und das ist halt so ein mal so eine witzige Twist-Rock'n'roll-Nummer geworden bei uns. Das ist aber auch so ganz gut, dass man auch nicht so ganz in eine Ecke rutscht. Ich meine, du hast ja so ein bisschen bisher in so eine Ecke gepackt worden. Du bist ja schon in der... Ja, bin ich ja auch reingegangen. So die Sinatra-mäßige. Ja, ja, genau. Aber ich meine, das ist mal ganz schön, da auch wieder so ein bisschen rauszugucken. Ja, es ist tatsächlich so, wenn ich so Sinatra-Sachen singe, dann ist immer, ah ja, Sinatra, der deutsche Sinatra. Aber wenn ich jetzt so andere Sachen singe und so, da hat mir noch keiner gesagt, das klingt jetzt ja genau wie Frank Sinatra auf Rock'n'roll oder so. Das ist also, ich kann ziemlich genau das machen, was ich machen möchte. Und ich habe auch einen relativ breiten Geschmack. Also ich bin jetzt natürlich eher so in dieser 50er, 60er, 70er Jahre so ein bisschen. Das ist so die Musik, wo es mir am meisten Spaß macht. Und da bin ich so, aber da kann ich auch sehr viel machen. Da singe ich auch Sachen von Tom Jones oder wir probieren alles Mögliche aus und so. Das ist schon toll. Also ich, deswegen bin ich so ein... Deswegen siehst du... Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Man sieht einfach einen glücklichen Menschen. Das, was Weihnachten auf den Tisch kommt, muss auch gegessen werden. Wird das bei euch im Kollektiv eigentlich entschieden oder entscheidet eine Person, was es zu essen und zu trinken gibt? Also ich kann mich an meine Kinder erinnern, da war das auch, als meine Oma noch lebte, da war es ganz klassisch. Da gab es immer nur Omas Kartoffelsalat und Würstchen. Und das haben wir jedes Jahr so gegessen. Das war auch immer irgendwann gut. Dann ist meine Oma irgendwann gestorben. Vielleicht war es auch schon mal vorher. Da hat meine Mutter so ein paar Jahre lang so Experimente gemacht. Da gab es mal eine Gans, da gab es mal Ente und so. Ich habe das alles eh nie mitgegessen, weil ich es ganz kompliziert habe. Ich esse zwar auch Fleisch, aber ich esse nur das, was ich von seit frühester Kindheit kenne und auch möglichst abstrakt. Also wenn ich da so ein Tier noch erkennen kann, wie das da so mit den Fingern ist, das kann ich schon nicht essen. Also so dieser Style. Deswegen konnte ich da nie so, warte mal, ich hebe mal eben den Flügel an und schneide dann ein Stück davon unten drunter. Das fand ich immer schon. Also ich habe nie in meinem Leben Gans und Ente gegessen. Deswegen, ich weiß aber, dass es nicht gut ankam. Das war irgendwie, die Gans war trocken. Irgendwas, dann gab es mal irgendeinen Schweinebrat mit Pflaumen oder irgendwie sowas. Wir sind dann, irgendwann hat mein Bruder das gesagt, Leute, das kann ich dagegen. Wir gehen jetzt komplett zurück auf die Basics. Es gibt wieder Kartoffelsalat, den hat mein Bruder dann gemacht, Würstchen. Und der hat das dann im Laufe der Jahre so ein bisschen aufgepimpt noch. Dann gab es noch plötzlich Frikadellen und so kleine Schnitzelchen und sowas. Irgendwie so, es wurde dann wieder so ein bisschen reichhaltiger. Aber so wirklich, so ein bisschen Pommesbude an Weihnachten, so ein bisschen. Also es gibt keine Pommes, aber so wirklich sehr einfach. Zum fleischhaltigen Hauptgang wird passen, was jetzt im Glas ist. Aber auch ohne. Aber auch ohne, definitiv. Ich habe mich so ein bisschen an dem einen Rotwein, den du uns geschrieben hast, da stand drin, du magst gerne Primitivo. Das wäre natürlich Italien. Da sind wir so ein bisschen wieder bei dem Thema. Primitivo ist sowas, wo ich gerne Alternativen aufzeige, die in eine ähnliche Richtung gehen. Weil Primitivo den Markt so ein bisschen sehr überschwemmt hat in den letzten Jahren. Primitivo ist ja in der Regel so relativ schon gut, voluminös, kraftvoll, viel Frucht, ein bisschen mehr Tension. Und all das finde ich auch immer gerne sehr wie wieder bei einem Cabernet Sauvignon aus Kalifornien. Und hier sind wir natürlich jetzt in den USA, in Kalifornien, im Napa Valley, mit einem Cabernet Sauvignon zum Wohl. Und das hat eben auch genau vieles von dem, was man gerade in Apulien zum Beispiel, wo der Primitivo viel angebotet findet, viel Textur, viel Länge, viel Kraft, eine gewisse Frucht. Schmeckt mir gut. Ja, hat halt auch ein bisschen mehr Alkohol. Ich weiß nicht, Boris sieht nicht ganz so glücklich aus, ne? Bei mir ist es an einer schweren Grenze. Ja. Ja, mehr kann ich nicht. Okay. Weil sonst machen die mich so müde. Schläfrig. Ja, klar, das ist da, ich bin gleich weg. Also, das ist schon klar. Ja, also ich meine, du hast hier halt auch 15 Prozent Alkohol, das merkt man dann durchaus auch. Aber es ist ein ganz spannendes Weingut, das Weingut Boullieu, 1900 von Georges Latour gegründet. Es war so die Zeit, wo viele französische Weingüter gesehen oder gesehen haben, was in Kalifornien möglich wäre. Und das ist jetzt, ich sag mal, Entry Level, das ist der Einstiegswein. Das ist noch bezahlbar, die größeren Lage. Von diesem Weingut, meinst du? Ja, von den großen Lagen ist es leider inzwischen unglaublich teuer. Es ist eigentlich unbezahlbar, liegen wir schon im dreistelligen Bereich. Aber zum Beispiel diese Flasche, die du mir jetzt heute anbietest, was hat die jetzt gekostet? Was kostet sie so den normalen Verbraucher? Das liegt im Endverbrauchermarkt bei 39,90. Okay, dann geht's ja. Ich wollte mal so eine Überleitung machen zur Musik wieder. Ich würde gerne Kelly Clarkson hören. Underneath the tree. Ist das fein? Ja, sehr fein. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Kelly Clarkson. Ja, das fand ich mal wieder einen netten, einen schönen, modernen Weihnachtssong. Es werden ja jedes Jahr, ich versuche es ja auch immer wieder, es werden immer wieder neue Weihnachtslieder geschrieben und man versucht sich daran. Und das meiste finde ich doch schlecht. Klar, Weihnachten ist auch natürlich die Zeit der Tradition. Man hat sich einmal an was festgehört und dann denkt man so ungefähr Chris Rea, Mariah Carey, das waren so die letzten, die irgendwie so große Hits geliefert haben. Aber Kelly Clarkson, das war jetzt auch mal wieder so ein Song, wo ich dachte echt, ja, der ist echt sehr nett, der wird auch bleiben. Der hat so sein Recht so im großen Buch der Weihnachtslieder zu bleiben. Das ist schön, dass da immer noch mal wieder was dazukommt, aber die Alten auch wirklich ihren Platz haben. Deswegen wird auch unser Repertoire, was wir spielen, auch jedes Jahr zu Weihnachten, es wird immer schwieriger, weil es immer mehr Songs sind. Das bleibt auch schon das dritte Weihnachtsalbum von dir. Das dritte Weihnachtsalbum, ich kann ja gar nicht, ich möchte natürlich auch ein paar Songs von den anderen Weihnachten, natürlich möchte man auch so die Klassiker spielen. Und da kommen die neuen Sachen dazu, man möchte das neue Album natürlich spielen. Und dann zum Beispiel Kelly Clarkson hatte ich mir auch aufgeschrieben, notiert für das Album. Aber ich hatte dann letztendlich eh schon zu viele Songs und irgendwie ist mir nicht so richtig was eigenes, witziges eingefallen, was ich mit dem Song machen könnte, wo ich dachte, ach, das Original ist gut genug, da gehe ich jetzt gar nicht ran. Aber das ist schon der Anspruch, dass du sagst, ich gebe dem meinen Twist, meinen Kick. Den eigenen Twist, ja genau. Wir haben auch zum Beispiel eine sehr schöne Version gemacht von Last Christmas, haben wir dann auch aufgenommen, aber so ein bisschen im Sinatra-Style. Finde ich sehr schön geworden und lohnt sich auch anzuhören. Auf deinen Weihnachtskonzerten, gibt es denn da auch deutsche Weihnachtslieder? Kann man da auch so richtig die, die der englischen Sprache nicht mächtig sind und nicht mitsingen können, deutsche Weihnachtslieder mitsingen? Auf jeden Fall. Die werden entweder, manchmal auch wünschen sich die Leute eh Weihnachtslieder, die sie selber singen. Ja, die sagen einfach, könnt ihr mal das und das spielen, zum Beispiel Weihnachtsbäckerei ist ein sehr beliebter Wunsch, den spielen wir fast immer, wenn der gewünscht wird. Das Publikum singt dann auch komplett mit, da kann ich mich fast mal zurückziehen. Aber wir haben auch so ein, auch jetzt sogar auch aufgenommen, wir haben mal ein Medley gemacht, also so drei, vier Songs, bekannte Weihnachtslieder, deutsche Weihnachtslieder genommen, so wie O Tannenbaum und sowas und das richtig mit der Band gespielt, auch immer bei den Konzerten. Das haben wir jetzt auch mal wirklich im Studio schön aufgenommen, auch mit Streichern und so. Wir spielen also auch einiges an deutschen Sachen. Wollen wir noch was hören? Dann hören wir noch was. Und wir hören jetzt Blake Shelton mit Blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you I'll be so blue thinking about you Decorations of red on a green Christmas tree Won't be the same, dear If you're not here with me And when those blue snowflakes start falling That's when those blue memories start calling You'll be doing alright With your Christmas without you But I'll have a blue, 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 blue Christmas Auch eine ganz coole Nummer. Ich kannte die überhaupt nicht. Ja doch, ich kannte die von Elvis, weil Elvis die auch gesungen hat. Das ist eine Ah. Ja ja, ich weiß nicht, ob es eine original Elvis-Nummer ist, aber das war ein großer Hit oder ein Hit auch für Elvis und mein Bruder war ein riesengroßer Elvis-Fan und deswegen kannte ich, der hatte alles von Elvis, deswegen kannte ich sowas natürlich auch und das spielen wir auch immer wieder so ein bisschen. Das ist übrigens der Song, wo ich die Geige raushol, die Country-Geige, denn dafür reicht's noch so ein bisschen. Das find ich gut. Das find ich gut. Und wie seid ihr denn gedressed auf der Bühne? Seid ihr ein bisschen weihnachtlicher oder du immer hier? Ja, wir sind eigentlich Tendenz hier, wir haben so zwei unterschiedliche, aber wir sind viel auch im Smoking unterwegs. Smoking geht ja auch immer zu Weihnachten. Was ist weihnachtlicher? Smoking geht ja eh immer. Es gibt sicherlich den einen, vielleicht wenn du in die Strandbar gehst, wo jemand sagt, leicht overdressed, kommt auf den Strand an. Ich möchte an keinem Strand sein, wo man nicht im Smoking ist. Genau, Freunde. Hast du eigentlich auch einen Hut? Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich bin auch kein großer Hutträger, mein Kopf ist zu groß, das hat noch nie gut ausgesehen bei mir, ein Hut. Ach so. Ich hab's immer mal wieder probiert, meine Frau lacht sich immer kaputt. Sprichst du denn auch mit deiner Frau über deine Garderobe? Im Alltag ja. Also ich lasse mich tatsächlich gerne von ihr, ich bin manchmal auch so müde, dann sagt sie wieder, was soll ich anziehen? Dann sagt sie, ja guck doch, such doch einfach mal selber was aus. Dann suche ich was selber aus und sage, nee, das natürlich nicht. Ja, okay, bitte, lass uns das nochmal nach all den Jahren, lass uns das einfach abkürzen. Ich zieh einfach genau das an, was du mir sagst, bitte. Du weißt es besser, sie weiß es aber wirklich auch besser als ich. Sie beschäftigt sich auch viel damit. Das ist tatsächlich nicht so mein Thema. Ich bin eigentlich wirklich froh, dass ich auf der Bühne, dass ich den Smoking anziehen kann. Das sind so diese Klassiker, da weiß man so, deswegen bin ich beim Wein wahrscheinlich auch so, was trinkt man dann hier so und womit ist man sicher, weißt du, dann so ein bisschen spätig. Ja, ja, voll. So ein Safe Space. Und der Smoking ist das Safe Space, ich hätte gar nicht die Energie und ich hätte auch nicht das Wissen jetzt irgendwie, oh, der Smoking total neu definiert und ich hab mir richtig Gedanken gemacht, das ist nicht mein Thema. Würde man die aber abnehmen? Das würde ich eher, bei der Musik, da führe ich mich dann zu Hause. Da weiß ich, was ich will und was ich gut finde und was ich schlecht finde, bei anderen Sachen nicht. Aber auch Tom ist ein Meister der Überleitung, hast du das mitbekommen? Er wollte gerade nochmal zum Wein rüber verschieben. Komm mal Durst. Ja, also natürlich irgendwie die Festtage. Für mich ist immer so, die Weihnachtszeit ist das mein liebstes Fest in dem Jahr und ich finde, es ist auch so ein Klassiker-Ding. Also an Weihnachten haut man halt auch einfach mal so die Klassiker wieder raus und ein ganz großer Klassiker einfach der Weinwelt sind natürlich restsüße Weine von der Mosel. Aus Deutschland. Wir haben jetzt im Glas auch ein bisschen was gereiftes, 2015er Riesling Spätlese. Ganz kurz für den einfachen Geist, was heißt zum Beispiel einfach restsüße, restsüße Wein, was bedeutet das? Das ist eine gute Frage und die wird viel gestellt. Die Beantwortung ist immer nur nicht ganz so leicht. Es ist folgendermaßen. Wenn eine Traube am Stock im Weingarten reift, entwickelt sie ja, bildet sie Zucker. Je wärmer es wird, desto mehr Zucker bildet sie. Je kühler es ist, desto mehr Säure hat sie. Jetzt sind wir an der Mosel in einer Region, die ja sehr viel Steillagen hat, durchaus recht viel Sonne auch hat und auch Temperatur entwickeln kann. Das bedeutet, je länger ich eine Weintraube wachsen und sich bilden lasse, desto weniger Säure und desto mehr Zucker habe ich. Je später ich Ergo lese, desto mehr Zucker ist in der Traube, desto schwieriger ist die Vergärung, weil wir wissen ja, Alkohol bildet sich durch den Einsatz von Hefe und die Hefe wandelt Zucker in Alkohol um. Das bedeutet, restsüße Weine, je restsüßer der Wein, desto weniger Alkohol, weil der Wein kann nicht durchgären. Ein trockener Wein ist immer durchgegoren. Also sämtliche Zuckerwerte sind vergoren in Alkohol. Deswegen hat das zum Beispiel, das ist jetzt eine Spätlese, die hat nur 7% Alkohol. Dadurch erhöhte Zuckerwerte, weil es ist zu viel Zucker, um durchzugehren und durch die Gärung bildet sich der Alkohol. Das heißt, die kommen nicht mehr gegen an. Die haben die Kraft gegen den Fienzucker. Nein. Jetzt gibt es natürlich so ein paar ikonische Weine, wie zum Beispiel den Soternwein aus dem Bordeaux, den Tokaja aus Ungarn, aber halt auch die Mosel-Rieslinge. Und das ist jetzt ein unglaublich großer Klassiker, das Weingut von Hövel. Und das ist, finde ich, das ist so, bevor wir jetzt noch einen kleinen Armaniak trinken, ist das so der Abschluss unserer kleinen Weihnachts-Weinbegleitung. Ist das so ein Dessertwein, ist das sowas? Ja, ist so ein bisschen die Frage. Oder dürfte man den auch vorher trinken? Oder ist man da ein schlichtes Gemüse? Nein, also das sind so Weine, die kannst du mannigfaltig einsetzen. Entweder können wir das zur Vorspeise, zum Beispiel beim Thema Gänseleber, Fogra, passt da hervorragend zu. Was halt schön ist, es hat ja Säure, ne? Also es ist ja nicht klebrig. Viele Süßfälle, du trinkst das und du merkst so die ganze Palette an, das liegt sich wie so ein Patina darüber und es ist einfach nur noch süß und dicht und dick. Und das hat ja noch Säure, weil wir sind nicht, es ist Mosel, Mosel hieß ja mal Mosel-Sahar-Ruva. Und wir sind hier an der Saar und die Saar ist immer so anderthalb Grad kühler noch als die Mosel. Dadurch hast du, du hast Frische, du hast Mineralität, du hast Säure, das hat sehr viel, das strahlt richtig. Trotzdem ist es süß, aber halt nicht klebrig. Das ist nicht wie so Drops lutschen. Ich wollte nicht sagen, der Drops ist gelutscht, aber ich würde sagen, wir müssen uns jetzt wirklich ein bisschen vorbereiten auf Weihnachten und lösen jetzt diese wunderbare Runde auf. Wir sehen uns in Buchholz am 18. Ich freue mich auf euch. Ich lasse den Scheinwerfer durchs Publikum gehen, ob ihr wirklich da seid. Ich wünsche mir jetzt von dem ganz neuen, von dem brandneuen Tom Gable Album, A Christmas to Remember, den Song Last Christmas. Und ich freue mich so drauf, weil die alte Nummer mögen ja einige auch nicht mehr so gerne hören, nicht? Aber jetzt warten wir mal, was jetzt kommt. Ja, 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 richtig. Ich sage nochmal, Tschin, Tschin und Merry Christmas. Wir verabschieden uns schon mal. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Tschüss. Schön, dass du da warst. Danke, Tom. Danke. Also, euch würde ich sogar zu Weihnachten einladen. So, ehrlich. Wir kommen. Ja, aber. Nee, tut's ja auch. Nee, tut's ja auch. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Die Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im Online-Shop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de. So, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Episode von Vinyl und Wein. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir bedanken uns auch ganz besonders bei der Winebank Hamburg, dem exklusiven Club für Weinbegeisterte, dass wir hier heute zu Gast sein durften. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Vinyl und Wein und in der Zwischenzeit liked uns, bewertet uns, kommentiert uns auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört und wir freuen uns natürlich auch über eure Anregungen und Ideen. Bis dahin, tschüss, servus und bye-bye. Oh, last Christmas